drei backcover genau wie bei superwölle 1 die ich hatte und bei teuer georg richter hersteller bubi ylh packen wir aus und aber auch schon thronerde entgegen weg vom troste hinten thronerde vorne aber zugestopft machen wir jetzt zwei stück und du kurz richtig raus holen und los geht's der drückt ordentlich gleichen sollten der die sind hammer hammer böller wenn ihr die noch kriegt auf jeden verkaufen gibt es ja nicht mehr lange dieses jahr wird es verboten oder dieses jahr gesagt haben wir gerade silvester sehr schön auf jeden Fall